moin moin und grüß gott liebe kunden mein name ist steffen hartlieb von der firma gs terrassenmontagesysteme ich begrüße sie hier aus unserem media keller minden und sie wissen wenn was aufgebaut ist gibt es immer was zu sehen richtig wir zeigen ihnen heute ein video das wir gedreht haben während dem bau einer aufgestellten terrasse aus unserem neuen aluvario system ja sie wissen wir haben ein terrassensystem oder konstruktionssystem ecofix was mit bohrschrauben verbohrt wird und wir haben seit anfang diesen jahres unser system aluvario was über entsprechende muten stein und hammerkopfschrauben klemmtechnik also sogenannte maschinenbaunuten funktioniert wo man im grunde konstruktiv anders arbeiten kann und daraus haben wir eine aufgestellte terrasse gebaut die wir hier in unserer ausstellung in unserem test und trainingszentrum für sie präsentieren werden 1 meter 70 im grunde genommen knapp über also knapp sechs meter lang oder über sechs meter und im grunde genommen vier meter tief diese haben wir aufgebaut auf lediglich sieben fundamenten also sieben fundamentpfosten und wir haben dann um das ganze noch ein bisschen anzureichern natürlich eine große treppe dran gebaut sehen sie gleich alles im film auch aus dem aluvario system da können sie treppen bauen bis zwei meter 50 euro ist gar kein problem nach wie gesagt der system neuen system teilen wir jetzt 2023 bekommen und das was auch immer sehr sehr interessant ist für kunden da sind ja die sogenannten überstände ja das heißt viele kunden möchten ganz gerne wissen wie lang darf der überstand sein ihrer unterkonstruktion gemessen an dem was sie da verbauen weil sie oftmals eben halt über irgendwas drüber stehen wollen oder wenn sie gerade an teichanlagen oder anderen dingen arbeiten oder ich denke mal an das ganze thema so genannt freischwebende terrasse ja wo sie die fundamente dann so weit eindrücken können dass im grunde von außen die terrasse aussieht als hätte sie gar keine stützen was natürlich extrem gut aussieht und das alles können sie mit unserem system machen und wir haben hier einen überstand realisiert das zeigen wir dem film von 1 meter 50 1 meter 50 letzte auflagepunkt und sie werden sehen dass personen hier stehen können ja ohne dass das system damit ein problem hat weil wir eben halt mit dieser konstruktionstechnik in einer völlig anderen liga spielen und das sind eben halt noch mal terrassen die dann auch wirklich ja ich sag mal von kunden gemessen an dem aufwand den sie mit anderen produkten hätten eben halt gerne gekauft werden und glauben sie uns diese systeme haben wir entwickelt nicht weil wir im grunde genommen eine freizeit beschäftigung brauchen oder kein gutes terrassensystem haben mit dem eco fix sondern wir haben dieses system entwickelt damit im grunde genommen noch wesentlich besser und konstruktiver gebaut werden kann und hier sind wir auch durch diese nuten und klemmsteintechnik im sogenannten ich sag mal portablen bereich unterwegs das heißt sie können das aufbauen abbauen aufbauen abbauen bühnenbau gastronomie camping innenausbau temporäre terrassen alles das was im grunde damit möglich ist das ist die performance dieser an ovario systeme und wie sie das auch von unserem eco fix system kennen oder haben wir nicht nur ein zwei drei profilchen ja weil damit kann man so was was wir da draußen haben nicht bauen und sie wissen wir bauen solche aufgestellten ich sage ich mal wirklich extrem interessanten konstruktion ja oder wir bauen natürlich eben halt auch pool decks die sie hier auch in unserem test und trainingszentrum den nächsten anschauen können wo sie teilweise überstände über zehn meter haben auch das ist möglich und deshalb haben wir auch wieder eine entsprechendem profil spektrum ja das fängt an bei profilen die eben halt nur 23 mm sind und hört eben halt auf bei profilen die 240 mm sind weil diese im grunde genommen durch die höhe sie wissen das haben sie eben halt die extremen widerstand gegen durchbiegung und somit haben wir auch wieder je nachdem welche terrasse welcher belag einsatzzweck welche bauhöhe welche terrassenform welche befestigungsarten haben wir im grunde genommen wieder die lösung auch für unser aluvario system und ich zeige jetzt mal ein paar detailsachen bevor wir dann sofort zusammen in den film einsteigen ja liebe kunden bezüglich der funktionsweise dieser profile also dieser aluvario serie wie gesagt noch mal wir unterscheiden uns da von der eco fix serie weil wir dort entsprechende maschinenbaunuten haben das heißt dass hier in diesen nuten das ist jetzt zum beispiel unser aluvario 45 45 im grunde sie die möglichkeit haben auch in alle richtungen zu bauen mit dem aluvario zu verstreben auch nach unten aber wir trotzdem oben eine fläche gelassen haben weil wenn sie später den belag hier aufbringen also eine diele oder etwas anderes befestigen den plattenhalter oder was auch immer sie dort machen wollen dann können sie das natürlich genauso nutzen als hätten sie ein eco fix system weil das wird dann natürlich verschraubt oder sie arbeiten im grunde ich hatte das im letzten video schon gezeigt können sie natürlich auch mit entsprechenden schrauben arbeiten und können natürlich dort die belege auch reversibel befestigen ja durch entsprechende profile die dann festgemacht werden also deal da haben wir verschiedene tapets nuten steine wir haben entsprechende hammerkopf nuten steine und somit sind sie auch lage mit einer entsprechenden m6 schraube auch belege in diesen nuten zu befestigen die sie wieder lösen können also auch wieder zum rückbau von terrassen zum beispiel sehr gut geeignet oder eben halt wenn sie irgendwo immer wieder ran müssen dann ist das natürlich besser oder eben halt es wird geschraubt so das system selber ist im grunde genauso aufständerbar wie unser eco fix hier das aluvario können sie zum beispiel selbstverständlich auch auf unsere stellfüße setzen dafür gibt es ja diesen clever click adapter sie kennen das der auf unsere stellfüße drauf gesetzt wird sie kennen unsere stellfüße und dieser clever click adapter hat ja diese aufnahme und hier können sie dann natürlich das profil entsprechend auch wieder einklicken und haben wieder genau dasselbe sie können dort alles machen mit der konstruktion und entsprechend die höhe aufständern also das geht mit der aluvario serie auch weil sie genauso wie die eco fix serie eine genormte breite hat von 45 mm so sie können natürlich auch unsere demnächst erhältlichen schnelljustierfüße nutzen vorteil davon auch metall komplett und das heißt wenn sie zum beispiel auf flachdächern unterwegs sind auf anderen dächern bei flucht wegen ja dann müssen sie ja heute entsprechende brandschutz vorschriften beachten und wenn sie dort eine konstruktion bauen dann sind sie mit kunststoff raus ich meine es gibt zwar stellfüße aus speziellem material die dann eine brandschutz zulassung haben aber auch da sind viele brandschutz beauftragte die wollen keine kunststoffteile in der konstruktion und diese metallfüße die wir später haben mit der konstruktion im grunde genommen sogenannte schnelljustierfüße die können sie dann einsetzen natürlich für die normalen terrassen weil sie davon wesentlich weniger brauchen durch die hohe stabilität des systems ja da sind wir auch wieder bei dem aufwand insgesamt ja und bei dem montageaufwand und der individualität aber im grunde genommen eben halt auch wichtig für brandschutz sie können konstruktion komplett aus alu bauen aber auch justierbar ja also im grunde genommen nicht nicht justierbar alleine nur übers ablängen der profile sondern eben halt justierbar auch durch solche millimeter einstellbaren füße die demnächst auch ab 2023 im programm und sie können es natürlich wieder auf punktfundamenten auf streifenfundamenten sie können natürlich den Pfosten einbetonieren befestigen oder eben halt auch auf unseren ankerfüßen kennen sie im grunde genommen von unserem eco fix system auch wieder dasselbe hier für den 80 x 80 Pfosten haben wir auch in dem projekt genommen das heißt im grunde genommen können sie hier auch wieder ausrichten ja sie kennen das in der höhe auch sie können das hier in der höhe ausrichten dann wird das entsprechend festgeschraubt mit entsprechenden schraubverbindungen und somit haben sie im grunde auch wie dort draußen auf fundamenten entsprechende befestigungsmöglichkeit und das haben wir dort verwandt wichtig ist zu wissen diese maschinenbaunuten das ist eine 10 mm nut das heißt wir arbeiten hier mit m8 naja und ich sage das immer wieder so ein nutenstein oder auch so eine hammerkopfschraube mit einer entsprechenden sperrzahnmutter baut einen völlig anderen druck auf das heißt dieser nutenstein oder diese oder diese hammerkopfschraube können teilweise druck pro verbindung also ein so ein ding ja was sie dann festschrauben mit ihrem winkel von 300 bis 500 kilo aufbauen und wenn sie dann im grunde unsere winkel sehen ja ich zeige ihnen hier nochmal den winkel den wir für unser system nehmen was wir im grunde aufständern und sie sehen hier da haben wir ein paar schrauben verarbeitet und hat deshalb natürlich auch die entsprechenden spannweiten und festigkeiten die sind aber wichtig wenn sie so bauen wollen wie dort gerade auch was den überstand betrifft sie erinnern sich 1,50 m schauen wir uns gleich zusammen an so was unsere also das ist erstmal die befestigungstechnik was im grunde genommen unsere winkel noch haben und das ist ganz ganz wichtig sie sehen das hier an dem winkel sie sehen nach innen gestanden laschen ja und diese laschen sind dafür da dass wenn ich unser system oder den winkel auf dem system befestige dann haben wir beim eco fix system im grunde einen kanal der zurückspringt dann habe ich eine sogenannte drehblockade ist natürlich unglaublich wichtig für die montage und natürlich aber auch später sie kriegen dadurch mehr stabilität und das haben wir hier natürlich genauso das heißt wenn dieser winkel eingesetzt wird hat er durch diese entsprechende einstanzung nach innen im grunde eben halt auch schon diese drehwirkung das heißt auch noch mal die festigkeit dass er sich beim montieren nicht verdreht hätten sie einen winkel ich nehme mir mal ein da habe ich das mal gemacht ohne diese drehwirkung ja dann müssten sie mit zwei hammer kopfschrauben arbeiten das geht natürlich auch aber das ist würde passieren wenn sie nur mit einer arbeiten also diese drehwirkung die blockieren wir letztendlich mit diesen speziell gefertigten winkeln und diese winkel wie sie das kennen haben wir natürlich wieder an allen größen und standzungen je nachdem was sie bauen wollen und sie wissen wir arbeiten hier mit extrem stabilen verbindungstechnik auch das ist wichtig wir nehmen zur kenntnis das am markt teilweise immer mehr mit irgendwie klick klick und schnell hier und schnell da und ich kann ihnen wie gesagt aus erfahrung sagen und wir machen glauben sie es mir mehrere hunderttausend quadratmeter im jahr terrasse jedes jahr nicht nur einmal und wir bauen eben halt solche sachen wie da draußen nicht einmal nur für die ausstellung sondern das sind hier wirklich jede woche terrassen die entsprechend gerade im aufgestellten bereich treppen rampen sonderbau die hier bei uns geplant werden kostenlos für sie und die dann auch an den kunden geliefert werden ja und das da sind wir ja im grunde auch irgendwo ein unikat weil sowas gibt es eben halt nirgendwo zu dem preis leistungsverhältnis und entsprechend eben halt natürlich auch in den systemlösungen die wir bieten und von daher immer ganz ganz wichtig schnell ist für den terrassenbau das völlig falsche wort natürlich sollte wenn sie profi monteur sind oder wenn sie zeit sparen können entsprechende verbindungstechnik gut und schnell in anführungsstrichen zu montieren sein aber viel viel wichtiger ist fest dauerhaft reklamations steifigkeiten steife feste verbindungen damit die systeme eben halt nicht arbeiten das ist wesentlich wichtiger als ob sie mit einer terrasse eine stunde früher fertig sind das sage ich ihnen aus eigener erfahrung ich habe auch ein paar terrassen gebaut und ich habe mir ein paar schulungen die ich hier mache und wie gesagt nochmal sie können das alles hier vor ort testen wir erzählen das immer hier auf dem kanal gibt es ja die einnehmer sagen ja lass sie mal reden ne ne kommen sie ruhig vorbei testen sie es fassen sie es mal an sehen sie sich mal den unterschied an wenn man nur irgendwas zusammensteckt oder zusammenklippt wir haben ja genug produkte von anderen hier dann können sie das mal ausprobieren und zeigen wir mal den unterschied wir zeigen ihnen mal den unterschied was es heißt wenn sie ein 45 mm hohes profil haben bezüglich der durchbiegung als wenn sie ein kleines 20er profil haben wir zeigen ihnen mal wo der unterschied ist zwischen dem profil was 1,5 kilo wiegt auf dem laufmeter und im profil nur 612 gramm weil ich sage immer wieder der laufmeter preis letztendlich gemessen an dem aufwand wie viele fundamente wie fest ist die terrasse wie dauerhaft was habe ich für ein endergebnis kippelnde platten sich verziehende dealen da gibt es riesen unterschiede riesen unterschiede und wir nochmal sind keine belachsexperten wir wissen zwar was drauf kommt darüber eine ganze menge aber letztendlich wollen wir konstruktionen liefern für sie damit sie entsprechend eine richtig bombenfeste konstruktion bauen können die im grunde eben halt auch über lange 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 jahre entsprechend den zweck erfüllt perfekte unter konstruktion so und somit würde ich jetzt sagen gehen wir raus gucken uns an was wir gebaut haben glaube dann wissen sie wovon ich rede folgen sie mir so 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.